Um das Ganze bewerkstelligen zu können und das Ganze auch leisten zu können, braucht man ein starkes Team und da können wir bei Rübo von Glück reden, dass wir das haben. Also alle Kollegen von mir, die auch jeden Tag im Lkw unterwegs sind, die machen einen guten Job und die stehen alle füreinander ein. Wenn sich im Laufe des Tages schon mal was an der Situation ändert oder die Tour sich ändert, dann ist da keiner von denen, lässt mich im Regen stehen, sondern alle helfen sich dann da untereinander. Dieser Teamgeist, dieses Wir-Gefühl und dieser Spirit, der wird halt von der obersten Führungsriege ausgestrahlt und in jede Abteilung weitergegeben. Und das ist am Ende des Tages glaube ich auch das, was die Firma Rübogas auszeichnet. Und wir hoffen, dass das beim Kunden ankommt und dass der Kunde auch spürt, da ist eine Firma, die will eine gute Dienstleistung abliefern und da ist eine Mitarbeiterin, da ist ein Mitarbeiter, der hat einfach Bock auf seinen Job. Bis zum nächsten Mal. Ciao.